Domtendo hat auf mich reagiert und mir komplett die Ehre genommen. Zuerst komme ich in den Stream und er sagt, als dass er sich ab und zu meine Shorts gibt. Erdmano, danke für den Raid. Ich schaue die Shorts von dem Bray ab und zu mal an. Macht ganz gute. Ah, danke, danke. Außer der eine, wo er mich in dem Ranking, glaube ich, nur auf B hat oder so. Da gibt es dann noch einen Daumen runter später. B-Rank für bester YouTuber, hä? Doch dann liegt jemand, dass ich ihn noch nicht abonniert hatte. Erdmano hat erst jetzt abonniert. Ja, der kennt mich schon länger, aber Hauptsache er ist wieder da. Nur noch nicht mit dem Account, okay? Nächstes Mal C-Rank für den Dislike. Ganz klar.